Fiona Erdmann wehrt sich gegen Kritik nach Gentest ihres ungeborenen Babys Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann hat sich kürzlich einem Gentest bei ihrem ungeborenen Baby unterzogen und wurde dafür von einigen Menschen kritisiert. Nun wehrt sie sich gegen die Kritik und erklärt, dass sie den Gentest aus medizinischen Gründen gemacht hat, um mögliche genetische Krankheiten frühzeitig erkennen zu können und sich entsprechend vorzubereiten. Erdmann betont, dass sie die Entscheidung für den Gentest nicht leichtfertig getroffen hat und dass es wichtig für sie war, die Gesundheit ihres Babys zu gewährleisten. Sie möchte mit ihrer Offenheit über den Gentest auch anderen werdenden Eltern Mut machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und gegebenenfalls auch einen Gentest in Erwägung zu ziehen. Die Kritik an Erdmanns Entscheidung zeigt einmal mehr, wie sensibel das Thema der pränatalen Diagnostik ist und wie wichtig es ist, sich mit den damit verbundenen ethischen und moralischen Fragen auseinanderzusetzen. Letztendlich liegt es jedoch in der Verantwortung der Eltern, welche medizinischen Untersuchungen sie für ihr ungeborenes Kind durchführen lassen möchten.